So, da ist er wieder. Und wie witzig, vorhin dachte ich noch dran, so ein Mensch schon fast zwei Stunden gestreamt und musstest heute noch gar nicht auf Klo während des Streams, obwohl du vorher so viel Kaffee getrunken hast. Kaum schreibt sie, dass ich auf Klo gehen soll, muss ich wirklich. Da hebt meine Laune etwas auf, was wir hat der Stuhl? Achso, ja, der Stuhl. Juri, weiter geht's, Leute. Okay. Ich wollte, ich wollte, ich wollte, ich wollte den Auftrag doch mal annehmen. Den hier. Sieben Fleisch. Finde ich gut. Wieder an den selben Typen liefern. Lol. Habe ich dich jetzt eigentlich zurückgeschickt? Dreh, ja. Dann machen wir Vollgas. Zahlung erhalten, sehr schön. Diesmal nehmen wir wirklich nur sieben Fleisch mit, weil so schnell werden, die das nicht verbraucht haben, was ich gerade schon darüber erfahren habe. Aber witzig, dass ich zweimal dieselbe Mission bekomme hintereinander. Habe ich auch nicht verlesen, ne? Stettin. Jetzt. Okay. Wunderbar. Ich kenne, ob ich sie wieder vergesse. Bis jetzt der Stuhl ist weg da. Ich möchte meinen Stuhl sehen. Nachsippe, sei ruhig. Hättest du mal früher erleben müssen, noch auf YouTube, die Streams. Da gab es auch auf Teamspeak, was wir damals noch benutzt hatten, ein Stuhlektiv. Da haben die Leute sich miteinander unterhalten, während sie mein Stream geguckt haben. Bisschen war die Trunken dabei. Und dementsprechend auch auf seltenst versehentlich geniale Witze gekommen. Haben sich auch gegenseitig hochgeschaukelt damit. Dann ging es in einer Tour im Chat. Stuhl hier, Stuhl da. Und welche Wortspiele. Du hast einfach irgendwann nur noch Stuhl gelesen. Im, äh, Chat. Und irgendwann ging es mir auch echt auf den Sack. Dann ist das, Leute, jetzt hört doch bitte mal auf. Wenigstens mal ein Stream lang. Es geht mir auf den Zünder. Das finde ich aber echt fies von ihm, dass er jetzt sich hier noch mit dem Zeugs anfängt. Aber Dormann. Seit wann ist der eigentlich hier? Anscheinend schon lange. Stimmt, wir hatten zwei verschiedene. Große und Dormann. Naja, soweit wir Eldermann sind, könnte man ja da mal die ein oder andere Maßnahme fahren, ne? Immer noch zu wenig Leute hier. Was sagt eigentlich, das Fachverkaufsitzwerte? Dritte? Vierte? Fünfte? Sechste? Wo hab ich denn das denn gesetzt? War das nicht hier vorne irgendwo? Ähm. Sag mal, hatte ich nicht hier drüben noch ein Fachwerk draußen gesetzt? Ich musste ja neu laden. Tagwerk. Ne? Da. Logisch, dass es dann nicht da ist. Weil ich ja neu laden musste. Ah, verdammt. Was hab ich vergessen? Ich wollte Tobi eh nochmal ausrüsten. Der ist grad eine Reparatur, kann das sein? Wunderbar. Noch vier Tage? Kann ich denn jetzt gerade wenigstens gleichzeitig mit dem Matthias Sachen machen? Ne, geht natürlich nicht. Muss ich jetzt die vier Tage warten? Dormann, ja? Vielleicht kommt nochmal ein Stapel auf. Jo. Ist ne gute Idee, Sippe. Aber kriegst du das unikat nachgehekelt? Kriegst du das wirklich nachgehekelt? Mit wirklich jedem Strich, der daneben gegangen ist, kannst du diese hübschen Augen nachriegeln? Die, naja. Jetzt sieht aus, als ob sie da total auf Drogen, oder? Vor allem mit meiner Sauklaue dazu. Alter, Mann, Aufträge. Zwei. Ganz stumpf. Zwei geht nicht. Passt gar nichts mehr rein. Das passt gar nichts mehr rein. Dann Auftrag. Zwei. So. Zack. Tauchen. Dann haben wir jetzt so hier 200... 550 Laderaum. Das ist schon mal ne gute Menge. Was wäre denn der nächste Aushang? Momentan keiner. Er ist schon da anstatt hin. Finde ich sehr praktisch. Weil ich diesmal selbst angedacht habe. Ja. Sowas kann er manchmal. Er kann selber denken, der dicke Alte. Übergabe. Und nun mal so zum Test. Ja. Jetzt hätte ich nicht mehr so einen schönen Event gemacht. Fälle sind hier aber Mangelware. Ja klar. Tobi fährt eine Weile lang schon nicht mehr. Wir könnten mal hier noch anhalten. Habe ich befürchtet. Ich zahle gerade drauf. Ja. Die haben kein Holz mehr. Ich habe so viel Pech hier im Moment rumliegen. Verkaufe ich eigentlich Pech? Und wenn ja, für welchen Preis? Für 65. Für wie viel produziere ich? Und für wie viel kaufen sie im Moment? Ich produziere für 60. Und die wollen für 60 haben. Blöd. Ja, aber einfach zu wenig Schiffe. Das ist das dauerhafte Problem im Moment. Ich will aber mal... ...einen Punkt wenigstens abhaken, dass ich wenigstens einen heute geschafft habe. Mehr Fischproduktion. Expeditionen losschicken lasse ich mal dauerhaft drinnen. Testen in Lübeck, ob Mieterhöhung wieder okay ist. Haben wir auch erledigt. Kreierflotte haben wir jetzt schon angefangen. Umschlagsplätze finden wir noch keine. Mehr Koggen für Mittelmeer-Expeditionen. Gegebenenfalls Holksjahr. Das ist jetzt noch so ein Thema. Mach einfach etwas aus festen Maschen und strick das Gesicht und die Schrift einfach auf. Ist einfacher. Dann wird das auch nicht zu groß. Ist die Frage, ob sie das nicht er meinte, weil sie gerade noch andere Aufträge abarbeitet im Moment. Sie macht ja gerade zum Beispiel für den Beutel, macht sie noch was fertig. Aber vielleicht ist das auch wirklich so, dass es eine Mischung aus dem ist, was ich gerade meinte und hat die Tatsache, dass sie eine andere Variante macht. Loll. Heike hat schon alles erledigt. Hätte ich ja nicht gedacht, dass sie noch so viel Platz hat. Aber doch hat sie. Und bringt noch 107 Holz zurück. Mit dem Holz sieht es hier auch eigentlich mal jetzt wieder gut aus. Ja, guck mal, wir haben jetzt endlich wieder Holz. Das heißt, wir können dann langsam mal so richtig in die Bauprojekte gehen. Und ich habe 600.000 übrig. Wie, warte mal, hast du kein Bier im Überfluss gehabt? Doch, den Rest verkauft, okay. Gut. Psst, Schreibzippe. Wieso, Beutel, weißt du es doch schon? Du hast es doch in die Gruppe geschrieben letztens. Na gut, also die App kann ich jetzt nicht. Also, es tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen. Aber mit Stricken und Häkeln kenne ich mich tatsächlich nicht aus. Obwohl es viele Männer gibt, die das gerne wirklich als Hobby machen, habe ich mitbekommen. Kinder, ein, zwei Leutchen. So, jetzt haben wir ausreichend Arbeiter hier drin. Es sind weniger reiche als vorher. Das finde ich aber wirklich eine Frechheit. Warum? Sie sind sehr glücklich und tendenzsteigend. Wir hatten vorher 810. So sind sie weg. Weg. Und ich bin wieder allein. Allein. So, wir verbrauchen 57,6 Salz bei ihnen. Und hier oben. 10,4. Also sind wir bei 67, irgendwas. Und das reicht gerade so. Und wir verkaufen ja sogar noch. Wo, 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 wie, wer, wat, 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 wat. Ach gut, Schwein gehabt. Oh. Das schon, wir verlieren gleich unsere Viehzuchten hier hinten. Das wäre sehr ärgerlich gewesen. Was habt ihr für ein Problem? Zu wenig Arbeiter? Ja klar, weil wir belagert werden. Logisch. Die Leute flüchten aus der Stadt, wenn man belagert wird. Achso, ja klar. Du hast ja bloß mir das Gesamtbild gezeigt. Aber trotzdem weiß Beutel, dass er was bekommt. Ich habe ja nicht gesagt, was ist es. Ich habe ja nur gesagt, dass er was von dir bekommt. Dass du da gerade dran bist. Also von daher alles gut. Selbst wenn er jetzt hier heimlich im Log zugeguckt hätte, hätte er nichts mitbekommen. Außer das, was er eh schon weiß. Fleisch. Sieben. Bremen. Bis 5. Oktober. Knappe Kiste. Und ich habe nicht mehr so viel Fleisch hier über. Nee, wieder muss ein Zehner. Jetzt müsste ich jetzt mal wieder warten, bis Heike ein paar Mal gefahren ist. Beziehungsweise, bis hier die Produktion wieder auf 100% läuft. Ah, guck mal hier. Das hat sich auch schon runtergeschraubt. Achso, warte mal. Dann verbrauchen wir ja... Wait. Dann verbrauchen wir ja mehr Salz, als wir produzieren. Ach, du Gemini. Dann brauche ich doch noch eine Saline. Wir gucken mal. Wie sieht es hier aus? Das Giebelhaus müsste mal eins gebaut werden. Habe ich die Materialien gerade hier schon vor Ort? Relativ günstig. Nee. Ziegelholz und Eisenwaren. Ziegel. Eisenwaren. So viel brauchst du jetzt auch nicht davon. Das ist die eine Tour. Und jetzt wird es Zeit, dass wir hier doch mal langsam eine Mannschaft draus machen. Wart, wieso Anklage? Das ist eine freche Lüge. Egal, worum es geht, ist eine Lüge. Ich habe das falsche Schiff bemannt. Ah, nein. Ah. Das war jetzt blöd, aber so richtig. Anwerben. Und jetzt haben wir hier keine Leute. Natürlich nicht. Ah. Jetzt sind die gleich sauer. Ah. So. Schrotze. Sauer sind sie, aber so richtig rotze-sauer. Fug. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. So. Zack, zack, zack. Boing. Plumps. Wir holen noch Holz jetzt. Fachwerkhaus in Lübeck ist fertig. Sehr schön. Heute wurde eine Anklage aus vorhin einem Grund gegen euch erhoben. Ihr habt behauptet, die Erde sei rund. Stimmt gar nicht. Wir werden diesen Verdacht gewissenhaft prüfen und euch in Kürze eine Botschaft zukommen lassen. Das kann gar nicht. Stimmt. Überhaupt nicht. Ne. Die Erde ist flach. Wir haben es im Wahlheim gesehen. Das ist der beste Beweis. Obwohl, wir haben es noch nicht gesehen, aber... Also nicht in meinen Projekten, aber... Es ist im Wahlheim so und deswegen muss die Erde flach sein. Oh, oh, oh. Wartet mal. Cookie hat gerade... Warte. Wo ist der Bericht? Nee. Verflucht, wo ist der hin? Stand da nicht gerade Cookie? Er hätte 16.000 eingefahren durch den Fälleverkauf. Hm. Na gut. Ich wollte... Was wollte ich denn? Ich wollte hier erstmal Holz einladen auf jeden Fall. Holz, 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 Holz. Zack. Schau. Ähm. Achso, ja. Alles gut. Alles gut. Nein. So. Nee. So. 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 Habe ich schon so erwähnt? Hier würde ich noch weitermachen. Zack. Nicht die 2, sondern die 1 bitte. Herzlichen Schrank. Die soll nämlich voll bemannt sein, damit sie auch vernünftig kämpfen kann für den Fall der Fälle, dass wir wirklich mal entern müssen. Privaten Konvoi bilden. Jo. Und ich nehme mir mal an, die sind immer noch sauer. Es geht. Es geht. Es geht. Dann schließe ich bitte an. Jo. Wunderbar. Belagerung. Oslo. Oslo. Ja, Robin, er weiß nur, dass er ein Unboxing bekommt. Vielleicht bringe ich ihn das sogar persönlich vorbei. Naja, wenn ihr sowieso so nah beieinander wohnt. Kolumbus hat es entdeckt. Was hat er entdeckt? Und wo? Und nein, wir haben Amerika entdeckt und nicht Kolumbus. Achso, du meinst, dass die Erde flach ist? Nee. Das ist auch eine Lüge. Achso, ich wollte mal als Gegenmaßnahme einfach mal beten gehen. Dass die Erde rund ist. Amen. Er hat die Vermutung angestellt. Nachgewiesen hat es Magellan. Wenn ich das jetzt noch richtig sortiere. Ich glaube, Magellan war es mit der ersten Weltumrundung, ne? Durch Kolumbus seine Irrfahrt war der Verdacht stark bekräftigt worden. Er ist aber auch sehr stark in der Gunst der Kirche deswegen gefallen. Er hatte ja massive Probleme mit der Kirche. Nach seiner Irrfahrt. Zufallsentdeckung. So, Leute. Fleisch begeben. Nee. Nadogar. Bei dem Preis sogar sehr lukrativ, wie ich finde. Okay. Will denn der Fürst mittlerweile mal was anderes haben wie vorher? Holzeisenerst, Fisch und Gewürze. Oh, Fisch für 470. Für wie viel produzieren wir es momentan? Fisch, Fisch, Fisch. Da geht noch ein bisschen was. Apropos. Ich müsste jetzt auch Fisch auf die Routen verteilen. Ich brauche mehr Schiffe. Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich mehr Schiffe brauche? Was sagt eigentlich meine Stadtbeliebtheit? Weil es ist 1. Oktober. Ich hätte jetzt nur noch 3 Tage Zeit, um die Beliebtheit zu steigern. Der Vito-Man. Grüß dich. Da Gläubel, das habe ich gesagt. Dass Magellan es bewiesen hatte. Mit seiner Weltumrundung. Dass die Erde rund ist. Ich muss da. Bin ich eigentlich des Wahnsinns? Warum schöpfe ich die Stadtkasse nicht ab? Weil das Beliebtheit kostet. Wollen wir es mal testen? Komm, wir... Das testen wir jetzt nochmal. Das testen wir jetzt nochmal. Ich speichere hier. Und dann gehe ich in die Stadtkasse. Dann nehme ich da mal 300.000 raus. Dann haben wir fast die erste Million voll. Und dann lassen wir mal... ...1, 2 Tage laufen. So. Jetzt gucken wir mal. Scheint sich nicht auszuwirken. Und ich finde, mir steht das Geld auch zu. Weil ich... Ich will jetzt nicht das falsche Wort sagen. Ich sorge dafür, dass der Landesfürst glücklich genug ist. Dass er keinen Grund sieht, uns anzugreifen. Der Landesfürst selbst, wenn er glücklich ist, sollte eigentlich auch Söldnerangriffe abhalten können. Weil er sich ja dann mit seinen Kräften eher gegen die Söldner richtet. Und... Hoffe ich zumindest, dass es so ist. Und... Außerdem... Gibt es noch tausend andere Gründe, die ich jetzt hier nicht nenne, weil wir gleich Feierabend machen werden. Aber tausend andere Gründe, dass ich mir das Geld nehmen darf aus der Stadtkasse. Es gibt Fleischmangel in Lübeck. Das ist aber schlecht. So. Jetzt gibt es keinen Fleischmangel mehr. Und wir vergeben jetzt noch Darlehen. Ratsher Erik. Nur 10.000 Weller. Ach, die Wahlen sind schon zu Ende. Ja gut, wunderbar. Dann kriegen wir gleich noch ein schönes Video. Stetigen, schließen. Und... Jetzt beim zweiten Mal ist es langweilig, oder? Also beim zweiten Mal in derselben Stadt. Sag mal so. Ab jetzt wäre die Herausforderung, in mehreren Städten Bürgermeister zu sein. Das würde ich zuerst machen wollen und in einer der Nordseestädte, damit wir da einen zweiten Anlaufpunkt haben, zweiten Hauptpunkt haben, Hauptproduktionspunkt haben. Da könnte ich hier zum Beispiel auch Fleisch herstellen, müsste dann aber woanders in der Nähe, hier drüben zum Beispiel, Salz herstellen. Müsste dann aber noch Holz dahin bringen, was ich hier hätte. Hätten wir drei Städte, die unterschiedliche Sachen produzieren, Schrägstrich benötigen, was ich aus der Ostsee rüberbringen könnte. Alles immer erstmal nach London zum Beispiel gebracht oder nach Scarborough, nach Brügge, was so immer, wo ich das hinbringe. Und von dort dann mit einer kleinen, äh, mit kleineren Flotten verteilt. Okay. Mein Nightbot hat irgendwelche Probleme. Jetzt hat er schon wieder das mit Satisfactory nicht automatisch gezeigt. Ich werde noch bekloppt, werde ich. Aber Leute, wir haben 22,30. Ich habe diesmal hoffentlich nichts vergessen. Rückzahlung. Schön. Ich wollte noch weitere Darlehen vergeben. 36 Stimmen ist sogar eine deutliche Mehrheit. Für dich. Ein Urteil. Was? 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 Das ist doch eine Frechheit. Die Vorwürfe, ihr hättet behauptet, die Erde sei rund. Oh, scheiße. Ich habe ja Amerika entdeckt. Ich bin wirklich schuldig. Oh. Scusi. 12.000? Ja, klar. Gerne doch. Warum auch nicht? Scheiße. 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 Darlehen Tilgen. Hier. Nimm. Und stirb dran. Danke, Sibbe. Danke. Aber ich muss gleich mal zwischen den Streams gleich mal gucken, was da los ist. Irgendwas kann noch nicht sein. Obwohl, wisst ihr, was ich heute mal mache? Ich mache heute nicht zwei Streams draus, ich mache jetzt einen Stream draus. Ich werde jetzt mal was anderes probieren, ob er mir die Kategorien jetzt richtig macht, wenn ich das über den Browser immer ändere. Weil sobald ich das über das OBS ändere, lässt er mir die ganze Zeit über Just Chatting drinne. Und ich kriege keine Kategorien hin. Vielleicht habe ich das immer falsch gemacht, weil ich das halt immer über die OBS-Einstellungen gemacht habe. So, jetzt vergeben wir aber wirklich nur noch schnell ein paar Darlehen. Und dann ist Feierabend mit diesem Stream hier heute. Äh, mit diesem Spiel hier heute. Hier hat Daniel vergeben. Patricia. Zack. War mal nur hoch. Zack. So. Warum habe ich nicht schon vorher dran, hier doch mal in die Stadtkasse zu gucken? Also in dem heutigen Stream. So, Daniel vergeben. Oh, das ist nicht so der Renner hier. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es da? Fernkaufmann. Störtebäcker? Na, der klingt doch auf jeden Fall vertrauenswürdig. Dann mache ich mal einen normal hohen Zinssatz. Laruga. Und das war's, ne? Ja. Nee, Rostdruck habe ich nicht, oder? Nee, habe ich nicht. Hoch. Zack. Boing. Und vom Kontostand her, als hätte ich nichts ausgegeben. Ist mal wieder witzig. Gut. Die Expeditionen lassen sich diesmal echt lange Zeit. Und ja, gerne, Robin, schreibt Zippe. Danke dir auf jeden Fall. So, wir machen mal hier speichern. Zack. Boom. Boing. Wir beenden das Spiel. Jo. Und das ist es, was ich gesucht hatte vorhin. Ich werde jetzt mal hier die Stream-Info ändern. Ich mache jetzt erstmal kurz noch ein kleines bisschen Just-Chatting. Wir sind jetzt erstmal kurz im Pause-Modus hier. Zack. Und dann gehe ich auch mal kurz in den 10-Minuten-Timer rein. Fertig. Ey. Mach das Schattigen. So. Fertig. Geht doch. Ja, dann gehe ich mal kurz noch in den 10-Minuten-Timer rein. 10-Minuten-Päuschen. Dann sehen wir uns gleich wieder, ja. Bis gleich. Achso, Musik vergessen. Halt. Moment. Erste Musik. Erste Musik, Robin. Ganz wichtig. Wichtig. Lum. Lum. Was nehmen wir da? Was nehmen wir da? Was nehmen wir da? Das war das hier. Bis gleich. Das war das hier. Was nehmen wir da? ies. Ich habe das hier.